Gut, dass niemand weiß, dass sich Rumpelstilzchen heißt. Einen wunderschönen. Mal gucken, ob alles richtig eingestellt ist. Ja, jetzt ist es wirklich schon ewig her, dass ich es gespielt habe. Irgendwann im Sommer, und jetzt haben wir Mitte Jänner, viel passiert in der Zwischenzeit. So, was haben wir überhaupt noch zu tun? Ja, Hauptquest. Anselm, Geschnitz, da müssen wir in eine fliegende Festung. Da muss ich noch die depperten Zeppelin-Teile suchen, das ist ja super nervig. Ich habe keine Ahnung, wie ich den Saul befreien soll. Und da müssen wir zur fliegenden Festung von der Kali, der Schwester von der Hermosa. Das heißt, wir machen jetzt einmal die zwei fliegenden Festungen. Acht, und da in den Thronsaal, und vom Thronsaal komme ich in die Europas-Fjorde. Aha, die sind nicht da, meine Sammler. Ich versuche jetzt mit der... Aha, nein, ich versuche mit der Schifftaste zu sprinten. Sie läuft aber eh recht schnell. Zugegebenermaßen muss ich ihr das zugestehen. So, ja, gehen wir mal zum großen Ritter und schauen mal, wo es da noch fliegende Festungen gibt. Irgendwo hinten beim Rothammerstamm, weiß ich noch, dass ich da irgendwie versehentlich in eine reingeflogen bin. Oder gesehen habe, dass man da reinkommt. Ich weiß nicht mehr genau, aber da gibt es eine, das weiß ich. Ja, es ist schon herrlich. Also grundsätzlich die Idee, dass man in dem Spiel als Drache fliegen kann, ist, glaube ich, einer der genialsten Ideen von Spielen. So, da müssen wir uns dann an die Drachenzone verbleischlängeln. Verbleischängeln. Was ist denn das da? War ich da schon? Nee? Hm, ja? Oh nein. Oh ja, das war ja doch den... Warum ist es auf der Karte nicht einzeichnet? Moment. Da war Raze. Und da war Stone. Das ist eine. Don't eat eine. Okay, da haben wir wieder lauter Leichen. Schauen wir mal, ob die was haben. Du bist leer. Du bist leer. Leer. Und leer. Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich... Nee, da war ich noch nicht. Glaube ich zumindest. So. Na klar, schauen wir mal. Nee, da war ich noch nicht. Eine winterliche. Eine winterliche. So, mein Tierchen liegt auf... Erwache, mein Tierchen. Boah, jetzt habe ich mich von mir selbst erschrocken. Ist das ein bisschen laut? Ich glaube, das ist ein bisschen laut. Ist wurscht. Gut. So. Na dann gucken wir mal, was wir da haben. Asser kaputt machen. Eine eisige fliegende Festung. Wo bin ich da eigentlich? Ich weiß nicht. Aha. Ist eine komische fliegende Festung. Okay, also meine Befürchtung... Weil die erste fliegende Festung war ja das Stones fliegende Festung. Und die hat ja... Ah ja, dass sie nicht kaputt macht, Kisten. Die wollen mich nur ärgern. Weil die hat ja... Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Teile... Ja, und jetzt? Wie viele Teile gedauert? Hm. Muss ich zum Drachen werden? Wo bin ich da? Wo muss ich hin? Der Eingang hat doch Ausstatt wie eine fliegende Festung, oder? Vermut, da komme ich wieder raus, oder? Hä? Hä? Es gibt doch kein... Hier kann ich mich nicht in einen Drachen verbandeln. Kein Portal, oder sowas? Wat? Ne. Achso. Ich bin ein Düdo. Einfach rauffliegen. Ja, genau. Da sind doch... Ah, die ganzen Ballisten. So. Ah, nein, 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 nein. So, jetzt drückt bitte eins statt Grunen. So. Auf den Grund anwarten. Gut, jetzt machen wir dann die ganzen Ballisten tot. Das werde ich einfach rausschneiden. Weil, das habe ich jetzt schon zum tausendsten Mal gemacht. Und es geht ein bisschen auf die Nerven. Warte, mein Tierchen ruft mal. Tierchen. Ja, genau. So. Hat er wieder einen Blitzturm. Okay. Einen Drachenpriester. Gut. Stufenaufstieg. Yes. Genau so kurz. Okay, wir fliegen da jetzt einfach. Ringel rum im Kreis. Und. Zerstören. Eine Verteidigungsanlage nach der anderen. Wenn ich treffe. Also anvisieren muss ich sie auch. Eee, tada. Au. Scheiß Blitze. Lasst es mich in Ruhe. Auf. Du bist. Du bist. Terah. Musik Ja, großer Magiaturm fallt in sich zusammen. Okay, sonst braucht es ja noch ewig da. Wo sind noch Türme? Schießtürme da. Hol mal ein Tierchen, das soll ein bisschen die Kreaturen da bekämpfen. So, schießt noch irgendwas? Ich glaube ich hab's. Zwölf Minuten. Da oben noch was? Ja. Okay, aber jetzt war's es. Gut. Okay, das heißt wir haben eine total unübersichtliche, aufstiegsfliegende Festung in winterlichem Stil. Passend für die Jahreszeit. Ich weiß zwar jetzt nicht wann ich dieses Video veröffentlichen werde, aber für mich ist die passende Jahreszeit. Das ist tatsächlich ein Zeppelin. Vielleicht finde ich da die restlichen Zeppelinteile. Okay, ich glaube wir haben alle Verteidigungsanlagen zerstört. Jetzt müssen wir noch die restlichen Viecher da abknallen oder abfeuern. dann? So, jetzt warte da unten. Da ist der Eingang. Okay. Das sind diese riesengroßen Eiszapfen. Die Frage ist, wo fangen wir an? Wir speichern einmal, aber das mache ich sicher nicht nochmal. Okay. Also, wo startet es denn? Also, es gibt ja keinen festgelegten Start, aber wo wäre es am gescheitesten, dass ich anfange? Da vielleicht. Schaut so nach Einstiegsgegend aus. So, wir haben jetzt 14 Minuten. Entweder ich höre jetzt auf. Ne. Das schaue ich mir noch an. So, als allererstes rufe ich mein Tierchen. Warte mal kurz gucken. Achso, die Waffe muss ich ziehen. Achso, das ist ja... Ja, das ist ja... So. 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 Okay. Oh, okay. Warte, ich wollte ja... X ist Fernkampf. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Ja. Wo geht das? Kümmer dich um mein Tierchen. Wenn das stirbt, muss ich nämlich nicht neu laden. Okay. Ich muss mich wieder einspielen in das Spiel. So, haben wir da noch was? Ja. Das ist kein Netz-Zauberer. Und einen Beobachter. Ja. Das funkt immer noch mit dem Hin und Her. Ja. Okay, dann kriegst du mal die Eins. Oh! Das wollte ich jetzt nicht. Was macht sie jetzt, ihr kleinen Waxerl? Ha? Ha? Ah! Ich kann euch aber nicht von da oben bekämpfen. Das wäre cool. So. Ähm. Ich wollte eins und nicht Kuh. Aber ist ja wurscht. Ah! 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 Ja, ich sollte schnell wieder zum Drachen werden. Hier kann ich mich nicht in einen Drachen verwandeln. Ah! 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 Okay. Ich kann ja aufsteigen. Wir machen auf jeden Fall Lebenskraft, Stärke und ein bisschen Gewandtheit dazu, damit wir. Damit wir. Damit wir. Was ist nochmal? Intelligenz? Leg den Schaden fest. Nein, ich will den Mana Regeneration. Lille steigern mit meinem heller Kopf. Mana Vorrat. Genau. Den steigern wir noch ein bisschen. Ja. Und was haben wir da? Für Punkte offen eh nur einen. Kann ich mir irgendwann überlegen. So. Jetzt erhol dich einmal, Schatzi. Huh! Okay. 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 Ganz heraußen habe ich es nicht mehr, wie man sieht. Okay. Ich bin mal geheilt. Wo waren meine Startpositionen? Äh. Da, oder? Das war doch da. Das war da, ja. So. So. Landen. Tierchen. Erwache, mein Tierchen. Okay. Ich glaube, das war da. Ja. Ach. So. Kümmert euch alle um ein Tierchen. Das wäre super. War? So. Aber jetzt eins. Aaahhhh. Ich fühle mich gar nicht gut. Ich weiß. however, ich finde die plattform da unten cool, zum regenerieren. hihihi gute aparecerstie. hu 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 hull Ich hör auf! Ich mache das nächste Mal weiter. oh ho ho hör auf. Es war aber immer heftig in den innenfliegenden Festungen. Also es ist vielleicht nicht nur, weil ich unfähig bin, sondern es ist auch heftig. So, ich muss das wieder mal trainieren. Ah ja, mein Schild könnte ich ja auch aktivieren. Das habe ich ja auch. Genau. Okay. Okay, okay, okay. Wir rollen da ums Lagerfeuer herum. Gut, dass niemand weiß, dass sich Rumpelstilzchen heißt. Ja, dann schauen wir mal, wie das nächste Mal weitergeht. In dieser einzigen fliegenden Festung. So, blaffe weg. Bring dich in Stellung, Schatzi. Du wunderschönes Mädel, du. Schaut cool aus. Ja, ich schau cool aus. Ich schau echt cool aus. Meine Detivierungen und vom Feuer. Eiei. Ich sag euch, ich sag euch, ich sag euch, ich wünsche euch einen wunderschönen. Habe die Ehre. Ich sag euch, ich sag euch, ich sag euch, ich sag euch, ich sag euch schon. Super. Das ist ein bisschen. Ich sag euch, ich sag euch, ja vorher ganz schön,